Hallo und Willkommen bei Klick und Wettfit TV, der verrücktesten Abnehm-Show im Internet. Mein Name ist Solanta und ich danke dir sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Ein Zuschauer, und zwar die Tahawalla, hat mich gefragt, ob ich dir nicht zeigen könnte, wie man so einen Smoothie mixt. Und da habe ich gesagt, ja klar, das mache ich doch gerne. Ich werde dir heute zeigen, und zwar meinen Lieblings-Smoothie. Den mache ich fast immer, der schmeckt super lecker. Was du dafür brauchst, sind folgendermaßen einfach Spinat, den habe ich hier schon frisch gewaschen. Da habe ich eine zwei große Handvoll davon genommen. Dann habe ich hier drei kleine Bananen genommen und dann natürlich hier schön Kokosnuss. Und zwar frische Kokosnuss. Habe ich hier, zeige ich dir mal, hier ein kleines Schlagfeld aufgebaut. Die habe ich erstmal hier, so eine Bio-Kokosnuss, habe ich genommen, habe ich erstmal schön aufgeklopft. Dann habe ich hier das schöne Kokoswasser schön aufgefangen, hier in den schönen, wunderbaren Mixer. Und dann habe ich natürlich hier die Bananen. Und es ist so, falls du wirklich keine Lust hast, das aufzubrechen, das ist schon eine mühselige Arbeit. Aber es lohnt sich natürlich, schmeckt fantastisch. Wenn du aber keine Lust dazu hast, kannst du auch diese Kokosflocken hier nehmen. Ich benutze es ab und zu, wenn ich wirklich nicht an schöne, gute, frische Kokosnuss komme, dann mache ich das schon mal ab und zu. Naja, aber gut, genug geredet. Ich zeige dir jetzt mal hier schön alles in den Mixer reinmachen. Ich habe hier den Vitamix, den benutze ich. Das ist natürlich die Königsklasse. Aber was du auch machen kannst, ist natürlich, was auch sehr gut geht, ist so ein Mixer von Philips. Den habe ich auch. Der ist auch sehr, sehr empfehlenswert. Ist auch sehr gut. So, alles mal schön hier rein. Schön reinstopfen. Schön die Bananenchen hier rein dann. So, perfekt. So, Kokosnuss. Und natürlich, was ich auch mache, ist natürlich ein bisschen Wasser rein, damit sich das alles schon vermengt. So, und jetzt geht es schon los. So, das reicht mir auch schon jetzt. Das hat mir super Konsistenz schon erreicht. Schön flüssig, so muss es aussehen. Lecker. So. Und schon ist es fertig. So, jetzt probiere ich natürlich das gute Stück mal hier. Prost auf deine Gesundheit. Fantastisch. Schmeckt super. Kann ich nur empfehlen. So, das ist natürlich jetzt ein Smoothie, den ich dir gezeigt habe. Ich habe natürlich auch das Rezept unter diesem Video gepostet. Also, wenn du dir natürlich nachmachen möchtest, dann findest du das Rezept auf jeden Fall in der Beschreibung. Und ich habe dir noch schöne zwei weitere Smoothies dort reingepostet, zwei Rezepte dazu. Weil natürlich ist es nur ein Smoothie. Ich mache natürlich noch viele mehr. Ja, wenn du Fragen hast, dann schreib mir ein nettes Kommentar. Oder wenn du Anregungen hast, dann freue ich mich natürlich auch über Anregungen. Und ich freue mich, wenn du natürlich mein Video likest. Wir sehen uns in ein paar Tagen wieder. Ich freue mich darauf. Bis dann. Tschüss.